Wir haben hier einen Coratec Full Suspension, extrem steif, extrem massiver Federweg, 150 mm vorne und hinten. Was wichtig ist bei den E-Bikes, dass die Dinger steif sind. Und da haben wir mit dem 500 Watt Intube, haben wir natürlich gute Karten aus dem einfachen Grund. Sieht geil aus, funktioniert, ist kraftvoll, fährt überall hoch und runter, wo du möchtest. Ja, geiles Bike, macht Spaß, kommt vorbei, testet die Dinger.